Wir haben ein Riesendilemma auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Einerseits ein Pool voll qualifizierter Fachkräfte. Auf der anderen Seite ein Fachkräftemangel. Wie kann das sein? Es gibt Firmen, die haben dieses Dilemma bereits gelöst. Sie wissen, wie sie diesen Pool angehen. Aber es gibt auch Firmen, die zeigen Probleme. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kommen Sie an den Career Relaunch 2019 am 22. Oktober in Zürich. Das ist der Ort, wo Sie dieses Dilemma lösen können. Sie werden dort auf bestqualifizierte Mitarbeitenden treffen und auch auf Firmen, die dieses Dilemma bereits gelöst haben und Ihnen anhand von Best-Practice-Beispielen viele neue Inspirationen mitgeben werden. Wir freuen uns auf Sie am 22. Oktober in Zürich.